Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Detailing Christmas von Chemical Shark aus Limburg. Heute wieder mit dem Jens und dem Stefan. Ja, wir haben so ein paar Sachen, wollen wir kurz mal darüber informieren. Und zwar beginnt ja der Lockdown. Ihr könnt trotzdem weiterhin bei uns bestellen. Wir liefern weiterhin aus. Ihr habt die Freiwahl bei Chemical Shark ob die Pakete mit DAL und DPD oder DPD verschickt werden. Das mal so vorneweg. Und wenn ihr abholen wollt, dann könnt ihr einfach zum Tor gehen. Das ist auch alles auf der Homepage beschrieben und am Tor ist dann eine Klingel und dort könnt ihr abholen. Ihr wählt einfach beim Bestellen Selbstabholer und dann klappt es eigentlich so wie immer. Aber Beratung können wir jetzt in der Lockdown-Phase hier im Ladengeschäft keine vornehmen. So, das erstmal vorneweg. Und heute haben wir den Hersteller NextDiag. NextDiag stellt Messgeräte, insgesamt drei Stück her, um die Lackdicke, den Gesamtauftrag von Grundierung Lack und Klarlack zu messen. Ist das so richtig zusammengefasst? Ja, so kann man das sagen. Und dann gibt es bei den Geräten im Grunde genommen, insgesamt gibt es ja eigentlich drei Geräte. Wir führen zwei, da erklären wir auch gleich noch genau warum. Und dann gibt es bei den Lackmessgeräten zwei unterschiedliche Köpfe. Vielleicht kannst du die kurz erklären, Jens. Genau, das mache ich gerne. Also fangen wir erstmal mit unserem Professional Gerät an. Hier sehen wir, dass der Kopf so eine Kugelform hat. Das lässt sich auch leicht rein drücken und wir haben auf der Größe, auf dem größeren Durchmesser haben wir so Einkerbungen. Das hat den Hintergrund, dass man zum Beispiel gerade so Lackkanten, ich sag mal, wenn man von der Motorhaube rüber zum Kotflügel kommt, hat man ja einen Radius, dass man gezielt auf diesem Radius aufsetzen kann und dann da auch die Lackdicke messen kann. Ist ja auch immer ein besonderer Punkt, sag ich mal, beim Polieren, da relativ schnell der Lack auch sehr sehr dünn werden kann und da die Gefahr auch höher ist des Dischpolierens. Das ist das Gerät, was wir, sag ich mal, empfehlen für die Autoaufbereitung. Das ist auch sehr präzise, also es misst auf 1.0 genau und deshalb ist es für uns die erste Wahl, wenn es um Autoaufbereitung geht. Dann haben wir noch das andere, das ist das Advanced, mitgebracht. Das hat einen flachen Kopf, keine Flasche, sondern einen flachen Sensor. Der ist zum Beispiel meiner Meinung nach besser dafür geeignet, wenn man jetzt zum Beispiel ein Auto gebraucht kaufen möchte. Denn hier hat man einfach die Möglichkeit, einfach den Sensor auf dem Lack aufzusetzen und das Ganze zu messen. Hier seht ihr, beide Geräte haben kein Display. Beide Geräte werden mit dem Handy verbunden. Genauso gibt es auch von Next PDG eine App, die muss man sich runterladen, das Gerät koppeln und dann kriegt man schon direkt angezeigt, wie dick der Lack ist, nachdem das Gerät natürlich kalibriert worden ist. Aber die Kalibrierscheiben liegen natürlich auch bei. Das ist kein Problem. Eine Edelstahl bzw. eine FE-Scheibe, also magnetisches Ferro-Metall und einmal eine Aluminium-Scheibe, um dann halt auch Aluminium-Karosserien zu messen. Genau, hier habe ich das mal mitgebracht. Also hier habt ihr die entsprechende Aluminium-Scheibe, ja Aluminium-Silber. Hier ist diese andere Scheibe in Blau und dann, ja die sind im Grunde genommen im Koffer immer komplett dabei. Beim Professional habt ihr einen Koffer dabei, da sind noch Batterien dabei und es sind aber auch schon Batterien drin. Bei dem Next PTG Advanced ist es so, dass diese Batterien ja im Grunde genommen auch drin sind, aber es sind keine Separaten mehr dabei. Also das heißt, bei dem Koffer habt ihr halt die Luxus-Version, dass ihr da schon nochmal Batterien dabei habt. Dann ist der wesentliche Unterschied nur noch der Kopf, weil die App die Dokumentation, dass ihr ein PDF-Dokument ausspielen könnt, ist bei allen gleich. Wir haben ein Video dafür vorbereitet, mussten wir oder ist aufwändiger als gedacht, weil wir wollten eigentlich damit auch mal zeigen, wie viel Abtrag ihr habt. Und das ist doch sehr, sehr schwierig, ja ich sag mal, darzustellen und deshalb haben wir das Video nicht veröffentlicht. Aber es kommt. Und dann haben wir als Gerät heute in der Verlosung den Standard Plus. Jetzt die Frage, was ist der Hauptunterschied zwischen dem Next Diag Advanced, das ISA hier und der Standard Plus, das ist der, der da vorne steht und absolut gleich sind. Und das erklärt euch dann auch wieder der Jens. Genau. Also den wesentlichen Unterschied zwischen dem Professional und dem Advanced habe ich euch vorhin ja schon erklärt, das ist eigentlich nur der Kopf. Beide haben eine Messgenauigkeit von bis zu einem µ. Und der große Unterschied zwischen den beiden Geräten und dem Standard Plus ist, dass das Standard Plus nur, sag ich mal, auf 10 µ genau messen kann. Das ist aber für den Gebrauchtwagenkauf immer noch voll und ganz ausreichend, damit man sehen kann, ob die betroffene Stelle, die jetzt geprüft wird, gespachtelt und nachlackiert worden ist, beziehungsweise nur lacklackiert worden ist. Denn zwischen einem normalen Lack und nachlackierten Lack ist schon der Unterschied so groß, dass selbst diese Auflösung von 10 µ voll und ganz ausreichend ist. Genau. Der Standard Plus kommt auch mit einem flachen Kopf und sieht im Grunde genommen genauso aus wie der Advanced, nur hat er eine andere Farbe. Das Gerät da drin ist grau und dieses hier ist schwarz. Genau. Ich denke, so habt ihr alle Unterschiede mal klar. Wie gesagt, offiziell, also es gibt diesen Standard Plus bei uns nicht. Wir führen den nicht. Aber die Firma Next Direct hat gedacht, ach, vielleicht kann sie ja den Kunden und den Zuschauern von Chemical Shark was Gutes tun und jemand braucht dieses Gerät oder kann sich damit halt mal rantasten an diese Materie. Aber für Lackkorrekturarbeiten, also für Polieren oder dergleichen, um da festzustellen, wie sie der Lack aus. Also das heißt, da muss ich ganz genau arbeiten. Da ist es schon sinnvoll, dass ihr das andere Gerät habt. Aber für den Gebautwagenkauf Standard Plus absolut perfekt. Aber wird bei uns nicht offiziell geführt. Ja und dann haben wir noch eine hochinteressante Frage, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Was hat sich geändert? Also jetzt nicht bei uns zwei, sondern an dem Baum, der hier links steht. Also nicht der Baum hier, sondern der. Da hat sich ein bisschen was getan und das hat damit was zu tun, dass wir jetzt eins von zwei Videos hatten und vielleicht kommt ihr drauf und könnt ihr raten, um was es geht. Einfach Kommentar hinterlassen und dann ist der Next Dayak Standard Plus für den Gebrauchtwagenkauf euch, beziehungsweise demjenigen, der dann ausgelost wird. Ja, das soll es gewesen sein. Wir haben heute mal wieder ein Quickie, weil wir weiterhin extrem viel zu tun haben. Aber ich denke trotzdem nicht so ganz uninteressant. Jens hat super erklärt. Und dann wünsche mir einen schönen Abend. Frohe Weihnachten, wie immer. Und macht's gut. Bis morgen. 19 Uhr. Kommentar nicht vergessen. Und auch das Abo nicht vergessen. Ganz wichtig für die, die es halt gemacht haben. In diesem Sinne. Macht's gut. Ciao. Ciao.